Die Choreografie hat unsere Hans-Marie, die Kommandöse des Amazonikos gemacht, Berge Möller. Ich möchte Ihnen noch sagen, ich hätte einen sauberen Punkt bekommen, ich hätte Sie weiterentwickeln. Ich möchte Ihnen für den Rest der Session einzig auf den Weg geben, einen Wahlspruch, den wir hier in der Garne immer für uns vor den Winterstüchten im Kopf haben. Wieder mit der Schwerkraft des Lebens allein sind. In diesem Sinne... In diesem Sinne auch Sie, auch Ihren Präsidenten, ein dreifach kräftiges Hoppebach. Hoppebach. Herzlichen Dank, das war ein echtes Stück Rheinischer Karneval. Und wir dürfen uns bedanken, mein lieber Peter, indem ich dir... Nein, du kappt Harnik, du kappt Harnik, die sind noch gar nicht fragt. Indem ich dir erstmal den wohlverdienten Worten überreiche, dass wir die A Block geben, die müssen schon entsprechend verteilen. Und für die zauberhafte Tanz war ich noch ein kleiner Blumengruß, war ganz wunderbar. Mit der Prämmer, Oche? Ja! 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 Und bevor wir jetzt gehen, darf die Birgit hier noch unseren Sessionsorten überreichen. Ich könnte das selbstverständlich mit einem Küsschen tun, das bei uns im Rheinland so nett sind. Das ist ja unangenehm. Bist du denn noch mal an? Ja, Claudia, Siegfried, würdet ihr denn bitte auch noch ordentlich auf der Bühne vorzahlen? Der Jürgen würde euch denn sagen, in welche Richtung ihr gehen müsst. Bitte? Das ist ja eine schöne, bitte eine. Ihr habt die Auswahl hier. Ganz, ganz, hey, pass mal, du kannst in Ordnesebereichen. Du gibst mir das ein bisschen und du machst alles bei den Herren da oben auf der Bühne. Ja. 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 Ja, da geht ja noch mehr ran, den Ermannmann. Machst ihr einen Auswahl, ich schneide noch ein. Siegabe! Was hätten wir denn gerne? Marisensatz für Aktionenkorb. Bitte technisch, ich leg noch mal beides auf, fangen wir Marisensatz an. Vielen Dank. 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 Applaus 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 Applaus